So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Recipe for Disaster und ähm, momentan machen wir nicht viel Geld, Cashflow der letzten Stunde ist nicht so optimal, also schlecht, aber jetzt haben wir auch die Kunden da und wahrscheinlich kommen jetzt auch die Gelder gleich rein, ich meine bitte die alle gefunden. Kling, 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 jetzt kommen wir da rein, so die kriegen zwar ihr Gehalt, okay, ja, schön, aber jetzt kriegen die auch ihr Geld, da, guck mal, jetzt kommen die Gelder rein, guck mal, so, so wünsche ich mir das, da, ihr könnt draus Pause machen, da drinnen wird ordentlich was gemacht, jawohl, aber jetzt stehen sie auch an wieder, jetzt, jetzt geht's wieder los, ne, jetzt ist wieder Rush Hour, also um 15 Uhr geht richtig die UC ab, so, von 15 bis 19 Uhr geht's richtig ab, oh, Tomatenchef, das war unhöflich, das Restaurant brennt, Feuer, 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 aber jetzt haben wir Leute mit Feuerlöscher-Skills, komm schon, wir haben genug Feuer hier auch, das Feuer breitet sich aber aus, er zieht die Nummer durch hier, okay, wir haben ein echtes Problem hier, meine Güte, das war jetzt aber, da war jetzt aber viel los, ich muss mal kurz hier einmal, äh, so, jetzt stellen wir mal lieber etwas beiseite, ne, jetzt vielleicht generell mal kurz gucken, warte mal, so, Teil des Restaurants ist nicht zugänglich, bitte überprüfen Sie, es ist schwierig, hier alles umzustellen, wenn hier Sachen, also hier ist so viel Zeugs, dass man bestimmte Sachen nicht mehr bewegen kann, scheinbar, so, äh, kann ich das da irgendwo noch hinballern, ich möchte hier kurz einmal, ja, ich möchte hier umräumen, das ist aber jetzt gerade so eine Tetris-Geschichte, vor allem dieser eine Kühlschrank hier, der nicht zugänglich sein soll, angeblich, der macht mir hier gerade richtig die Hölle heiß, der steht nämlich mega im Weg, der hier, blöde Sau, aber Baumodus verlassen, so, aus dem Baumodus, vielleicht wenn ich auf Küchengeräte klicke, kann ich nicht anbewegen, ne, mach das nicht, scheiße, blöde Kacke hier, Feuerlöscher mal wegstellen, so, stellen wir mal hier ein bisschen um, so, Kühlschränke hier dran, so, äh, jetzt machen wir die Sächer vielleicht so ein bisschen unabhängig voneinander, aber das da kann ich nicht bewegen, das stört mich massiv, aber okay, so, okay, äh, ups, so, vielleicht weil da gerade wer dran kocht, kann das sein, das stimmt deswegen, ne, jetzt kriegt man den anderen Scheiß irgendwie so hingestellt, dass das gerade nicht stört, ach ne, daneben stellen ist ein Kackel, das haben wir gelernt, so, äh, volles Labyrinth jetzt hier gebaut, voll die Hangar Games errichtet, toll, da wäre es super, aber da ist der Feuerlöscher, okay, äh, so, kann ich das jetzt bewegen, ne, kann ich nicht, das hier ja, oder, ne, auch nicht, doch das ja, so, das hier nein, das sagt er immer noch nein, oder nicht, lässt mich nicht machen, ich kann hier Sachen markieren, aber mehr nicht, hm, toll, jetzt habe ich hier die chaotische Küche aller Zeiten, naja, so, lassen wir sie mal eben fertig machen, die hier werden jetzt gehen, das steht schon mal fest, vielleicht war das ihr Essen, das angefackelt ist, ja, bluh, 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 jetzt ist gerade keiner dran, vielleicht, ach, verdammt, wieso darf ich das nicht bewegen, wieso kann ich jetzt gar nichts mehr bewegen, ich verstehe das nicht, ehrlich nicht, so, das hier darf ich bewegen, aber das hier hinten nicht, nicht, ich weiß nicht, wenn ich das hier irgendwo anders hinstellen dürfte, aber darf ich ja nicht, ich habe ja nicht nur den Raum, ich habe ja nicht nur den Raum, hier sehen sie unsere frischen Zutaten des Tages, so, jetzt darf ich auch hier mal was bewegen, nicht viel, aber so ein bisschen wenigstens mal, so, das Regal, so, so, den Grillständer, erstmal hier rüber, das darf ich jetzt gerade nicht bewegen, aber hier, die darf ich wenigstens bewegen, so, okay, wo ich die jetzt hinstelle, weiß ich noch nicht, aber ich brauche eine größere Küche, das steht fest, so, äh, darf ich den auch nicht bewegen, aber den hier darf ich nicht bewegen, ach, hier ist gerade Jeff Bezos dabei, wieder die Küche abzufangen, deswegen geht das auch gerade nicht, okay, dann, ähm, der Feuerlöscher, der steht eigentlich ganz gut da hinten, in der Ecke, da darf ich sowieso nichts anderes hinstellen, so, jetzt können wir hier, ein Regal muss ich irgendwie noch unterbringen, also ich hatte die Küche, die ich am Anfang hatte, ja, jetzt kommt dann aber keiner in den Feuerlöscher, weil an der Stelle ist auch doof, die Küche, die ich am Anfang hatte, zugegebenermaßen hatte die ein bisschen Brandgefahr, aber, bis auf diese eine Kleinigkeit, war die ganz gut, jetzt ist die große Scheiße, kommt bestimmt mega gut im Ambiente an, oder? Ja, kommt mega gut im Ambiente an, oh, darf ich jetzt hier dran vielleicht? Komm, schaun, so, äh, so, ja, jetzt darf ich die Fritteuse bewegen, okay, ich habe aber keinen Ort, wo ich sie hinstellen könnte, ohne andere Probleme, hier hervorzurufen, so, ich will, dass die Fritteuse da hinten steht, gut, das dauert jetzt einen Moment, aber wir kriegen es hin, wir kriegen es hin, und den Grill will ich daneben haben, gleich, jetzt darf ich den Grill bewegen, oder? Ja, so, jetzt, jetzt werden, kommen wir der Sache nämlich näher, jetzt ist mein Nahrt ein bisschen, entschuldig, wegen, klingt ein bisschen komisch, so, jetzt können wir nämlich das hier hinstellen, gleich, Moment, das stellen wir mal eben weg, jetzt können wir nämlich hier, so, ich will das mal eben irgendwo anders hinstellen, bitte, Gott, da ist sowieso gerade jemand dran, so, okay, das ist aber ein Kraftakt gewesen, bitte einmal hier zwischen jetzt, hallo, diesen Feuerlöscher, hätte ich gerne einmal da hin, danke schön, den da hin, und den hier da, so, okay, jetzt, das kann da bleiben, das Regal, das Regal aus dem Gastraum, können wir jetzt nämlich hier hinpacken, so, jetzt kommt man dann allen Scheiß gut ran, so, den kann ich noch nicht umdrehen, weil ich den umdrehen kann, ist das auch gut, jetzt kann man da ordentlich frittieren, aber dann kommt, ist hier wieder ein weiterer Laufweg, dann muss ich das wieder, so, okay, so, Tatsächlich bin ich jetzt halbwegs zufrieden, könnte noch ein bisschen besser sein, aber, so sind die beiden Brandherde voneinander getrennt, alle kommen sofort an Zutaten zur Not, da müssen sich nur umdrehen, McDonalds Prinzip, könnte sowas werden, vielleicht muss ich das noch ein bisschen ausweiten, dass sie wirklich an alles vernünftig rankommen, aber so konzeptionell, glaube ich, ist das gut, vielleicht muss ich wirklich die Kühlschrecke so stellen, dass sie alle an alle kommen, ich muss die Küche vergrößern, und es nützt nichts, sie muss größer werden, prinzipiell funktioniert das, aber da wartet ja schon wieder jemand auf sein Essen, das ist auch ordentlich, sind die auch ordentlich am Schachten, fällt mir gerade auf, oh, Rushhour ist auch vorbei, sollte noch eine abendliche Rushhour folgen, aber so prinzipiell, glaube ich, so funktioniert das besser, zwei komplette Kochstellen, na, da ist jemand aber unzufrieden, ich bekomme weniger als ich verdiene, na gut, okay, dann müssen wir aber mal kurz gucken, also langsam bist du schon ein teurer Burschi, oder? 4,20, 54, 54, was bekommst du? Ja, okay, so, jetzt, jetzt ist aber gut, ne? Faire ist Gehalt basierend auf, okay, dann machen wir das halt, so, jetzt müsst ihr ja wohl glücklich sein, oder? Okay, die Tische sind ganz schön zugesittelt, ne? Da müssen wir ja nicht sauber gemacht werden, da warten schon wieder Leute auf ihr Essen, ja, okay, oh, alle müssen kacken gehen, uh, ordentlicher Rudelschiss, guck mal, schön abseilen, feini, da, er hat gewonnen, ja, so ein Rudelschiss ist ne feine Sache, verbindet, so, okay, so, das hat doch geplatzt, ja, vorbei, so, Kritiken haben wir keine, ist ein bisschen buggy heute, kann das sein? Er ist wirklich buggy, auch hier die Personalleistungen werden nicht aufgenommen, merkwürdig, 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 so, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie die Küche vergrößern, das nützt alles nichts, äh, müssen wir irgendwie hinkriegen, dass wir das hier sauber neu besitzen, kann ich das mal, kann ich das mal eben nach draußen steuern? Vielleicht, vielleicht können wir sie ja irgendwie, mal kurz die Kühlschränke draußen platzieren, vielleicht können wir sie ja irgendwie doch nochmal so gestalten, dass es was wird, ich will eigentlich jetzt nicht die Küche neu ausbauen, weil das echt teuer ist, ich möchte jetzt auch mal Geld gewinnen, so, wir haben drei Feuerlöscher, so, wir müssen einmal hier getrennt sein, weil sonst fackeln die sich gegenseitig ab, wenn Jeff wieder mal Feuer legt, so, jetzt brauchen wir die Kühlschränke, einer direkt hier hinter, okay, hier ist natürlich doof, das ist ein Platz, aber das könnte vielleicht sogar noch als Problemlösung herausstellen, so, den müssen wir auch einmal zurück, weil das ist nun wirklich Urste. So, eigentlich ist die Küchentür auch irrelevant, die braucht man eigentlich nicht hier, okay, so, kann ich jetzt hier die Regale hinstellen, den können wir da hinstellen, den können wir da hinstellen, so, hier einen Kühlschrank haben wir mehr als ich jetzt aufteilen möchte, okay, so, okay, Feuerlöscher haben wir auch, jetzt kommen hier passend die Regale hin, eins kann hier noch hin, und das hier bitte hier vorkommen, so könnte die Küche doch funktionieren, hoffe ich, mal sehen, ich hoffe, so funktioniert sie, okay, ähm, so dann, sollte das so gehen, und wie es funktioniert, seht ihr natürlich beim nächsten Mal, ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn ihr Spaß hattet, lasst mir ein Like, ein Abo, ein Kommentar da, ihr wisst, wie das läuft, würde ich mich sehr drüber freuen, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, und es nicht verpassen wollt, drückt die Glocke, denn wenn die Glocke gedrückt wird, dann ist das geiler Scheiß, ich sage danke, und tschüss, bis zum nächsten Mal, Ciao.